hallo zusammen herzlich willkommen zu einem neuen vergleich hier auf my elitec und ja oh mein gott wir haben hier wenn ihr den titel schon gelesen habt wisst ihr es wahrscheinlich schon was haben wir noch hier ich sehe eine 8 und rote verpackung wir haben hier zwei oneplus smartphones zu liegen und zwar einmal das oneplus 8 und einmal das oneplus 8 pro und die beiden wollen wir mal einfach miteinander vergleichen und den rest erzählen wir euch während wir das ganze auspacken auf dem weg sozusagen genau es sind die aktuellen flaggschiffe von oneplus das oneplus 8 pro natürlich das flaggschiff flaggschiff und das oneplus 8 das einsteiger flaggschiff nur flaggschiff 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 so sieht es aus dann schauen wir doch mal in den sehr ungewöhnlichen karton genau ich wollte nur ganz kurz erwähnen wie ihr sehen könnt sind hier lauter chinesische zeichen das liegt daran dass wir hier die china version haben aber das tolle ist es nicht so wie bei xiaomi oder anderen smartphones dass da so krasse unterschiede gibt sondern wie ihr gleich sehen werdet der einzige unterschied zwischen der china version beim oneplus 8 pro und 8 im vergleich zu der eu-version ist dass eben das netzteil ein chinesisches netzteil ist und ihren eu adapter braucht oder eben einen normalen adapter den ihr auch bei oneplus nachkaufen könnt genau und die schriftzeichen natürlich auf der rückseite der packung die sind auch noch anders aber das stimmt das wichtige können wir auf jeden fall sehen wir haben hier zwei modelle du hast ja doch 12 gigabyte wusste ich gar nicht ich habe ich habe doch 12 gigabyte es gibt jeweils zwei varianten von beiden sowohl von oneplus 8 als auch von oneplus 8 pro einmal mit 8 gigabyte internen speicher und 208 nein 8 gigabyte ram und 128 gigabyte internen speicher oder 12 gigabyte ram und 256 gigabyte internen speicher was mir gerade schon einfällt auch wenn wir darüber vielleicht auch erst später reden wollen aber ich sage es trotzdem jetzt weil es mir gerade einfällt und zwar unterschied auch noch dabei beim arbeitsspeicher ist dass ich hier bei der pro variante lp ddr5 den neueren arbeitsspeicher habe und du hast lp ddr4x lp ddr das ist auch wie auch so ein zungenbrecher sehr schön dann mal rein in die packung also ungewöhnliche packung da brauchen wir nicht drüber reden aber sehr lang sehr lang typisch oneplus das handy war in folie genau spannend was da noch zu alles schönes drin ist da ist ja auch was drin ich glaube ja und zwar gibt es ja eine hülle eine hülle aber hier und aufkleber glaube ich die hülle nicht drin sondern genau das oneplus zettelwerk auch in diesem wunderschönen handlichen format beziehungsweise zettelwerk heute heute bin ich richtig witzig drauf ansonsten haben wir auch noch schöne aufkleber genauso in beiden identisch habe ich ein 8 pro aufkleber ich habe nur eine 8 hast du ich habe auch nicht so ist das pro vielleicht habe ich die acht probate guck mal nur acht war man muss im trof von selber hinterschreiben naja so ist das so ansonsten alles was marco auch gerade schon gezeigt hat und ich habe hier meine schöne hülle du auch genau die sieht minimal anders aus der cutout ist ein bisschen anders weil wir unterschiedliche kamer module haben da kommen wir auch gleich noch darauf zu sprechen wer dann sehen dieses never saddle ist hier ganz dezent einmal auf der hülle aber ansonsten ist es schon mal schön dass ja ein gewisser schutz einfach in der packung mit dabei ist dass man smartphone dass man sicher durch die ersten tage bekommt bis man sich überlegt ob man es ohne hülle oder mit einer anderen hülle verwenden möchte ist auf jeden fall schön dass einer dabei ist jetzt nicht super super hochwertig aber hier der rahmen und die kanten sind sogar extra dann lass mal tauschen ich glaube bei ja deine fühlt sich besser die pro die pro hülle ist proiger ist halt flagship flagship genau das ist nur flagship so also trotzdem hülle ist dabei ist es sehr sehr schön und das charakteristische rote kabel für oneplus meins ist leider irgendwie schon so halb ausgepackt es ist ein testgerät nicht wundern usbc auf usb a ganz genau und das schöne ist beide können das kriege ich dann nie wieder rein beide können 30 watt schnell laden über kabel aber 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 das flagschiff aber das flagschiff flagschiff kann das gleiche auch noch mal kabellos auch noch mal 30 watt genau aber dennoch wird es etwas etwas länger dauern wenn die kabel losladen auch wenn es dieselbe watt anzahl hat aber hier wird immer ein bisschen mehr energie verloren gehen beim laden aber wie gesagt entweder eu adapter welchen trading shenzhen beilegt übrigens was ich ganz vergessen weil wir ganz vergessen haben die preise noch auf dem deutschen markt 899 euro oneplus 8 pro also in der geringsten ausfertigung 8gb 128 gb 899 deine variante 699 bei gleichen specks was arbeitsspeicher und intern speicher angeht und bei trading shenzhen die links findet ihr übrigens in der video beschreibung würdet ihr dieses wunderschöne oneplus 8 pro für 787 bekommen also so ungefähr 113 euro sparen zumindest stand jetzt vielleicht wenn ihr das video guckt spart ihr noch mehr keine ahnung das einzige was ihr tauschen müsstet wäre halt das netzteil entweder bei oneplus einfach ein deutsches netzteil dazukauf europäisches neue dazukauf 29 euro oder eben eu adapter da sind die smartphones ende was hält uns als erstes auf abgesehen von der farbe die ich bei mir übrigens um welten besser finde inter interstellar glow ist das richtig ja und genau so sieht es auch aus es kommt gar nicht so krass rüber wie es in echt also in natura sieht es wirklich fast noch bei hallo hallo ich finde es in natura noch einen zacken schicker aussieht als es jener kamera rüberkommt ist aber glänzend ich habe hier eine matte rückseite in blau denke ich mal also bei charme wäre das grau aber bei uns ist es also bei onplus ist es blau glaube ich ja völlig zu recht das heißt bei mir sieht man sofort die erste fingerabdrücke bei dir ist es könnte auch türkis sein ist einfach matte farbe bläulich und alle farben glänzend ansonsten haben wir ich wollte nur ganz schnell sagen glas auf der rückseite glas auf der vorderseite und ein metallrahmen genau ein metallrahmen und auch gebogenes glas sowohl auf der front als auch auf der rückseite das heißt der rahmen an der seite ist wirklich sehr sehr schmal aber es liegt trotzdem gut in der hand also ich finde es sehr angenehm gar keine frage deine variante oder das achter ist dünner 0,5 millimeter und wiegt auch etwas weniger ich habe gerade das gewicht nicht perfekt im kopf aber ich glaube zehn gramm weniger oder sowas ungefähr 180 gramm das achter und meins 199 gramm sogar ist 8 pro also nach allem riesen 19 gramm leichter ist dein smartphone ganz genau so sieht es aus aber auch größer übrigens wenn wir gerade schon bei dem punkt sind wir hüpfen wir haben gesagt wie es der wie der weg uns führt viele wege 6,55 zoll amoled full hd plus bevor es wieder kommentar geht das oneplus 8 pro hat 6,78 zoll amoled full hd plus aber nicht nur das sondern auch qhd plus das nämlich das coole hier an diesem 8 pro aber sogar mit 120 hertz was sagen marco 90 hertz das ist das maximum nein das habe ich noch nicht erwähnt gehabt 90 jetzt ist hier das maximum wie gesagt full hd plus auflösung ist das maximum du kannst aber sogar beides gleichzeitig haben du kannst 120 hertz haben und qhd auflösung das können ja andere namenhafte hersteller nicht bewerkstelligen da muss man gesundheit in der in der auflösung ein bisschen zurückgehen damit man diese 120 hertz bekommt man sieht auch super flüssig aus aber wollen darüber erst gleich reden genau ich glaube wir hüpfen schon fast zu weit voran wir sehen auf jeden fall ist das kameramodul unterschiedlich ist wir gehen auf die kameras noch mal explizit ein deswegen würde ich sagen hüpfen wir weiter und gucken uns noch mal die außenseiten noch mal ein bisschen genauer haben oder genau weil ich finde was auf jeden fall immer sehr sehr schön ist bei oneplus ist dieser nette kleine schieberegler der drei modi beinhaltet einmal normales klingeln des telefons vibrationen und komplett stille genau und haben auch den an ausschalter natürlich oben haben wir ein mikrofon würde ich sagen genau und auf der linken seite die lautstärke wippe lauter leiser und unten sim kartenschacht für zwei nanos im karten gucken aber gleich noch mal live nach so wirklich stimmt ein usbc anschluss ein weiteres internes mikrofon und ein mono lautsprecher aber wir haben stereo lautsprecher dazu kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter und was sehen wir da wir sehen ein dual sim kartenslot also das smartphone wartet auf zwei sim karten das sieht man auch im betriebssystem dass da wirklich auf zwei sim karten gewartet wird und man sieht eine abdichtung bei mir auch zwei nano sim karten so genau stereo lautsprecher können wir trotzdem mal ganz kurz sagen beide sind ungefähr gleich laut und die qualität ist auch gut also beim stereo lautsprecher macht ihr auf jeden fall jetzt auch keine fehler mit diesem smartphone nur man muss bedenken halt der eines nach vorne gerichtet der andere nach unten das heißt hat man das handy seltsam in der hand was allerdings wiederum positiv ist ich glaube die meisten von uns drehen das handy nach links dann ist der lautsprecher tatsächlich oben was viele andere hersteller leider falsch machen in dem sinne da ist der mono lautsprecher oder der nach unten gerichtete lautsprecher dann unten und man deckt den sehr leicht ab aber hier selbst wenn es im querformat hält wird hier der sound gut rauskommen und auch aus der hörmuschel und wie du schon gesagt das ist beides fast gleich laut also wir haben jetzt keinen unterschied gehört genau also sehr zufrieden wir können genau weil wir zur rückseite noch mal kommen können wir vielleicht über das reden was hier drunter eingebaut ist bei dir ja bei mir nein zum einen der akku ich hab du hast keinen akku 4510 sorry und 4300 milliampere stunden also 210 milliampere stunden mehr und noch was wireless charging modul aber das hatten wir ja schon kurz erwähnt hatten wir ja hatten wir ganz einfach erwähnt und ein nfc modul da warst du auch der nfc können beide nfc haben aber du leider gottes halt nur kabel gebunden kannst du nur laden stimmt das kabel los jetzt erinnere ich mich ansonsten sehen wir hier auch keine ekligen ce zeichen weil es ein china gerät ist noch ein weiterer vorteil oder nachteil wie man es sehen will und die kameras sehen auch unterschiedlich aus kamera modul ich glaube die gucken beide ungefähr gleich weit raus finde ich so gefühlt würdest du sagen deins guckt ein bisschen weniger raus ich würde behaupten dass das doch ein gutes stückchen weniger ausguckt okay ich gebe dir einfach mal recht ich weiß es nicht ich will so ich also ich würde sagen millimeter mehr hast du auf jeden fall ja könnte hinkommen könnte hinkommen aber zu recht genau dafür habe ich halt die bessere kamera oder das bessere kamerasystem denn ich habe ein quad kamerasystem wohingegen du ein triple kamerasystem hast genau ich habe eine 48 megapixel hauptkamera in 8 sony imx sensor übrigens eine 48 megapixel ultra weitwinkellinse eine 5 megapixel farbfilter objektiv zu dem auch gleich ein bisschen detaillierter kommen weil vielleicht sehen wir gleich marco nackt hier noch durch den da kommen wir gleich dazu und dann habe ich aber auch noch ein 8 megapixel teleobjektiv richtig so schaut aus ich kann nicht ganz mithalten ich habe zwar auch ein 48 megapixel haupt sensor der ist allerdings eine generation älter ist aber auch ein sony imx sensor 500 der reihe genau genau dann habe ich eine zwei megapixel makro kamera kommen wir gleich dazu ja und eine 16 megapixel ultra weitwinkel kamera kommen wir gleich dazu blitz haben wir beide und ich habe aber noch einen ich habe noch den laser autofokus den du nicht dabei hast also ich hoffe ihr kommt gerade schon mit wenn ich sage marco marco hat wie gesagt das oneplus 8 und ich habe das oneplus 8 pro nur mal so kurz zur auffrischung noch mal ganz kurz für euch und ansonsten wollen wir uns die bilder später angucken weil wir haben noch vorne am display eine eine ein punch hole eine frontkamera in 16 megapixel die bei beiden smartphones gleich ist ganz genau apropos fingerabdrucksensor unter dem display wo wir gerade bei dem punkt sind auch die höhe ist für mich zufriedenstellend für mich genau da wo ich es haben will vielleicht noch minimal höher aber es passt so ist jetzt nicht zu niedrig wo ich mich bei anderen smartphones schon beschwert habe und die entsperrung geht auch so schnell wie man es mittlerweile schon kennt kann man nicht meckern auf jeden fall 16 megapixel habe ich schon erwähnt fuller bis maximal full hd 30 fps können wir die videos aufnehmen ansonsten ist das display bei beiden gleich geil an sich aber ich habe halt ein bisschen mehr auflösung ich habe hier 120 hertz und finde sieht mega flüssig aus bei 90 hat sieht bei marco aber auch mega flüssig aus ja die bild wiederholungsrate 120 und 90 hertz ist in der kamera nicht zu verwirklichen ich kann euch aber sagen dass es flüssig aussieht beim charlie es mega flüssig aus wobei ich jetzt aber auch nicht schlecht finde es ist definitiv nicht schlecht aber ich gehöre halt auch zu denen die immer ein bisschen mehr hertz brauchen damit sie es wirklich wahrnehmen und die 90 hertz sehen sehr flüssig aus aber der unterschied zu den 120 hertz ist wirklich noch mal deutlich sichtbarer ich werde ein bisschen kirre im kopf wenn ich das mir noch lange angucke was der charlie dabei sein müssen in den letzten tage saß ich immer nur so da und habe immer na egal zum fingerabdruck sensor können wir aber noch ganz kurz erwähnen dass die bei beiden identisch sind also da gibt es keine unterschiede genauso die frontkamera das sind identische hardware moduli verbaut sind da könnt ihr die gleiche performance erwarten da habt ihr keine abstriche beim oneplus 8 so dann probieren wir es doch mal aus 1 2 3 ja ja also wie gesagt hardware technisch sind sie identisch und sie performen auch identisch wenn wir jetzt schon dabei sind mit dem live testen dann lassen wir euch doch mal ganz kurz einfach mal den lautsprecher hören hat man jetzt einfach nur das was von der hand also ich habe jetzt nicht gedacht oh das ding zertricht den gleichen an oder ähnliches also wirklich ich würde das gar nicht als negativen punkt werden ja also der bass stimmt finde ich also die tiefen kommen rüber obwohl natürlich da jetzt keine wirklichen tiefen rüber kommen können aber trotzdem klingt es jetzt nicht irgendwie total dumpf oder irgendwie sowas wenn ich auf voll lautstärke schalte trotzdem klar und wie gerade gehört habt rechts kommt vielleicht minimal ganz minimal würde ich sagen vielleicht ein bisschen lauter der ton raus aber ist nicht so wie man es noch von den letzten letzten jahren kennt das dann irgendwie aus der hörmuschel ganz leiser ton rauskommt zur verstärkung sondern schon dass es fast gleichwertig ist ja also man kann es verdecken das gleiche gilt auch für das oneplus 8 da gibt es eigentlich keine wirklichen unterschiede also tun muss man natürlich erstmal anlachen bevor man was hört ist halt tik tok auch noch mit dran mal gucken passt ja auch zu technik youtuber oder dass wir technik sachen ausprobieren also absolut wir müssen ja wir müssen fähig sein dazu außer dass mein mikrofon an dem tag halt gerade nicht so super war aber man hat es ja gerade an marcos stimme gehört dass der lautsprecher genauso gut klingt wie der von oneplus 8 pro also eben würdig sozusagen dann kommen wir zur performance glaube ich noch ne genau schauen wir doch mal was bei oneplus für viele ein großes plus ist und für uns auf jeden fall auch ist erst mal die software bei oneplus ein großes plus entschuldige mann schon wieder immer diese kardauer oxygen os ist sehr nah dran an stock android das heißt wer mal ein pixel hatte wird sich auf dem oneplus sehr schnell wohlfühlen die software läuft sehr flüssig kann man erstmal sagen völlig unabhängig jetzt vom prozessor der hier ein flagschiff prozessor ist bei beiden geräten das nämlich der snapdragon 865 in der 5g variante und auch wenn man jetzt nicht nur das betriebssystem sich anguckt sondern auch mal ein benchmark der einfach ganz synthetisch das ganze testet bekommen wir hier wirklich sehr solide werte ich muss dazu sagen zur verteidigung das oneplus 8 pro ich habe den test zweimal durchlaufen lassen müssen weil beim ersten test ich nicht mal die 500.000 punkte geschafft habe und wie war das handy sehr warm ich glaube weiß vorher schon sehr viel benutzt hatte dann habe ich ein bisschen eine viertel stunde in den kühlschrank getragen und danach dass den benchmark noch mal durchlaufen lassen also nehmt das mit einem ganz kleinen bisschen ja vorsicht diese benchmarks aber wir sehen trotzdem bei beiden hier top werte genau ich habe beim oneplus 8 pro das ganze ohne kühlschrank gemacht und kam auf 569.000 und das sind auch diese standardwerte beim snapdragon 865 also ihr habt auf jeden fall top werte was benchmarks angeht und könnt alles zocken was ihr wollt alle video schneiden also nicht alle aber dass man auf dem smartphone machen kann und so weiter und so fort alle apps benutzen ihr habt auch genügend arbeitsspeicher im hintergrund um ganzen apps im hintergrund offen zu haben und marco hatte eben bei dem allerersten test wo das smartphone so warm wurde jetzt sehen wir jetzt hier gerade 31 grad in der spitze beim zweiten test beim ersten spitz spitz beim ersten beim ersten test hattest du glaube ich in der spitze sogar 41 grad ja sogar glaube ich ein knapp an die 42 also sieht man schon dass natürlich wenn das handy sehr lange sehr viel benutzt wird dass man mit einer gewissen drosselung leben muss ich meine auch der wert von 470.000 waren das glaube ich so nehmt ist der immer noch in ordnung man kann immer noch sehr sehr viel damit machen es ist jetzt auch nicht unangenehm heiß geworden aber es ist schon warm geworden so dass wir beide gesagt haben das ist aber aber es war glaube ich irgendwie komisch also irgendwas lief da gerade nicht so richtig rund weil danach hat ja alles super funktioniert also ja ich denke das war so eine momentaufnahme die jetzt das wird jetzt nicht das kann man jetzt auch nicht so oft vor ist ist keine kein dauerhafter zustand aber wie gesagt und der wärme drostet ein kleines bisschen runter trotzdem sind die dann immer noch sehr sehr schnell und schlägt fast alle mittelklasse smartphones also da ist man selbst wenn man das handy mal richtig fordert noch auf der im guten bereich unterwegs man muss hier auch noch bei den wertbedenken hier sind 12 gigabyte arbeitsspeicher drin bei dir acht das kann natürlich immer noch ein bisschen unter zum unterschied führen auch wenn der bei dir ein bisschen schneller setzt bei mir wie man auch gerade ganz gut in der rangliste erkennen kann auf platz zwei ist das oneplus 8 pro mit 12 gigabyte arbeitsspeicher und dann hat sogar jemand geschafft mit diesem smartphone 597.000 punkte zu erreichen das sind halt so die standardpunkte zwischen 560 bis fast sogar 600.000 punkte kann man mit dem snapdragon 865 erreichen das zu performance also da gibt es gar nichts zu meckern da habt ihr gar keine probleme da werdet ihr auch noch nächsten zwei jahre glücklich mit sein und ansonsten kommt es kommen wir schon zum nächsten punkt denke ich mal oder kommen wir zum nächsten punkt und zwar den kameras die welche angesprochen haben die module haben wir euch ja schon einmal kurz vorgestellt deswegen wollen wir die auch gar nicht mehr so explizit erklären sondern in die fotos mal hinein schauen und mal gucken wie die so sich zeigen aber seid mal ehrlich könnt ihr auch gerne mal in die kommentare schreiben so scheiße sieht man rückseite auch nicht aus nein also ich wäre mit der total zufrieden aber wenn man das daneben hält ist natürlich schon in das interstellar glow das ist schon andererseits ob man das diese dieses schmattelfest jeden tag haben möchte also ohne hülle würde ich das smartphone bestimmt nicht benutzen das wahrscheinlich schon muss man sich überlegen das stimmt auch wieder so dann schauen wir uns mal die fotos an und vergleichen die miteinander und das erste foto ist ein standard foto allerdings erkennt die kamera app automatisch dass es sich um eine nachtaufnahme handelt also können beide sagen wir waren extrem überrascht positiv überrascht von dem nachtmodus von oneplus 8 und dem oneplus 8 pro die sind tatsächlich in der in derselben liga unterwegs wie wie huawei oder oder die pixel smartphones währenddessen die meisten hersteller dann noch ein gutes stückchen aufzuholen haben also wirklich wirklich beeindruckend und wie gesagt das ist der standard modus gewesen die kamera hat erkannt dass es jetzt in einer nacht situation ist und hat das gut beleuchtet wenn man eigentlich den blitz auf automatik lässt also ich muss sagen dafür dass es ein foto mit blitz ist es völlig in ordnung aber ich würde auf den blitz auf jeden fall verzichten weil das standardbild sieht irgendwie schon schön aus dein grün ist ein bisschen dunkler sehe ich gerade aber wir haben vielleicht auch nicht perfekt in die gleiche position gebracht aber ein punkt nämlich wo das oneplus 8 pro mal wieder das oneplus 8 schlägt aber dafür ist es ja auch ein bisschen teurer und zwar was den nachtmodus von weitwinkelaufnahmen angeht denn hier könnt ihr auch mit der weitwinkellinse nachtaufnahmen machen mit beiden smartphones nur leider gottes hat der marco beim oneplus 8 eben eine schlechtere weitwinkellinse beziehungsweise objektiv ich habe hier die 48 megapixel wohingegen 16 16 megapixel du da am start hast und wie man bei mir gut sehen kann sieht die nachtaufnahme von vom weitwinkel objektiv sehr sehr gut aus und auch sehr sehr scharf weil da war ich wirklich positiv überrascht im vergleich zu anderen smartphones die wir schon so getestet haben auch farblich gut und also sehr sehr gut ich bin ich glaube der hat bei mir auch tatsächlich einfach den fokus nicht geschafft weil der hintergrund ist hier besser im fokus als die android figur die allerdings deutlich näher stand aber trotzdem sieht mein unscharfer hintergrund immer noch besser aus als ein scharfer hintergrund finde ich tut da ohne zweifel aber es zeigt halt einfach auch dass die kamera hier limitation hat weil wir haben einfach immer die gleiche sache gemacht wir haben nicht irgendwie den fokus manuell gesetzt als im automatikmodus und da ist einfach diese weitwinkel kamera im nachtmodus auf jeden fall ein stückchen schlechter wie es dann bei besseren lichtbedingungen aussieht gucken wir uns gleich an und der echte nachtmodus wenn man ihn gewählt einschaltet sieht genauso aus wie der nachtmodus den die kamera selbst im endeffekt ja doch also es gibt keine wirklichen unterschiede aber ist sehr gut sehr gut wirklich viel viel dunkler war es in dem moment in dem raum und die farben sehen gut aus es ist nicht rauschig also hut ab vor dem vor dem nachtmodus des oneplus wir hatten wie immer hier auch alle lichter aus aus den anderen videos kennt ihr es vielleicht schon wie es dann aussieht also wirklich stockduster ist dass ihr uns gar nicht mehr sehen könnt und da hat die kamera schon sehr gut hinbekommen bei beide kameras also nach der nachtmodus gefällt mir sehr gut auf jeden fall ansonsten habe ich ja genau ich habe ja noch während denen das farbfilter objektiv welches das oneplus 8 pro nicht hat kann man es ein bisschen größer sehen so umfass größer und zwar wie funktioniert der ganze modus noch mal in kurzen zusammenfassung hast du gerade also genau es gibt einen speziellen sensor das ist der fünf megapixel genau richtig stark heißt hier farbfilter und im endeffekt was sehr besonders kann ist infrarotstrahlung auch anzeigen bzw verarbeiten normalerweise haben alle sensoren immer ein infrarotfilter davor damit halt die kameras das gleiche sehen wie wir dieser dieses kameramodul hat diesen filter nicht davor und deswegen kann es ein bisschen mehr sehen somit kann man zum beispiel durch bestimmtes plastik hindurch sehen dieses logitech modul hier ist ist eine art hub um den fernseher und so weiter zu steuern also infrarotstrahlung durchzulassen weil da sind infrarot sensoren nicht sensoren sondern blaster ja infrarot blaster drin die halt euren fernseher oder stilioanlage steuern können deswegen kann die kamera da durchgucken das ist sonst für unser auge einfach komplett schwarzes plastik glänzendes schwarzes plastik aber die kamera kann dadurch guckt man braucht allerdings gutes licht wir haben von der seite ordentlich licht rein projiziert damit man es erkennt ist jetzt auch nicht das schönste mit aber man sieht man kann dort werden durchgucken und wir hatten ich weiß nicht also wir haben es auch nach anderen youtube videos gesehen dass man wohl auch so ein bisschen durch dunkle t-shirts so ein bisschen durchsehen kann wohl also aber jetzt nicht dass man die haut sieht aber wenn derjenige dann doch anders t-shirt anhand mit einem logo zum beispiel darunter dann kann man so ein bisschen das logo an und man kann jetzt also ein bisschen mit rumspielen aber wie man sich ich hoffe ihr könnt ganz gut erkennen wir blenden wahrscheinlich auch noch mal ein dass man jetzt halt hier wirklich so das mainboard darunter sehen kann oder die die chips halt hier so irgendwie und das heißt ihr könnt dem oneplus 8 pro sogar so ein bisschen gegenstände plastik kunststoff gegenstände durchsichtig machen und wirklich so ein bisschen ja funktioniert aber nicht bei dem material nicht dass jetzt durch jede tupper dose noch nicht durchschauen könnt aber durch plastik was dafür gemacht ist um infrarot strahlung durchzulassen funktioniert es dass wenn man das bild einfach mal in den garten hinaus hält also da aus finde ich schön genau da wo sonst grün ist sieht man auf einmal das ganze in diesem ja orange gelb ocker keine ahnung das ist ein bisschen so endzeitstimmung ist dann westernstimmung du hast oder du hast den rasen einfach nicht gegossen ist kein wasser aber wir sehen ja später noch fotos vom garten wo es zum glück anders aussieht der himmel und also wenn man mal ohne einen klassischen filter seine bilder ganz besonders aussehen lassen möchte kann man mit dieser kamera wirklich beeindruckende bilder erzeugen natürlich muss man hier auf spezialfunktionen wie 48 megapixel verzichten und man hat auch keinen optischen zoom oder ähnliches aber auch diese fünf megapixel bilder die sind einfach so ein hingucker ohne dass man jetzt damit was macht das ist einfach wirklich die kamera rausgehalten foto gemacht und das ist das ergebnis und ich finde das sieht wirklich beeindruckend aus und ich finde ich sehr sehr cool dass hier mal sowas eingebaut wurde ist eine interessante spielerei ich würde mir wünschen dass wenn immer mehr kameras auf die rückseite kommen dass eher solche kameras verbaut werden jetzt irgendwelche tiefen sensoren die man eh nicht nutzen kann mir fällt auch gerade kein anderes mal von nein gleich ist so ein farbfilter zumindest ist mein erster farbfilter mein erstes farbfilter objektiv ansonsten sind wir jetzt schon bei den videos angelangt bei zeitlupe genau stimmt wir haben hier nämlich ein zeitlupen modus bei beiden smartphones auch das gleiche und zwar full hd bei 240 fps und hd bei 480 fps ganz genau 720p jetzt fliegt der marco einfach auf die nase einfach umgefallen einfach so mir fallen naja ganz spontan im garten hat mich einfach dahin gerafft bin über eine fliege gestolpert ich versuche den ton nachzumachen also ich muss sagen ja für hd 720p sieht das wirklich völlig okay aus können wir gut mit leben oder es gibt aber auch andere hersteller die schon ein bisschen mehr können 960 fps zum beispiel richtig aber ich muss sagen das ist die qualität meistens so schlecht dass ich es mir nicht angucken möchte meistens nicht immer hier war ja auch sehr viel licht am start weil das schön sonnigen tag gehabt ich irgendwie auch nicht muss man zurück und dann gehen wir zu den 1080p 240 fps genau das sollte ein bisschen schneller sein bisschen schneller die rolle hier von statten gehen sieht trotzdem sehr schön langsam aus gefällt mir von der qualität besser ist ja auch kein wunder weil wir hier full hd haben ja und ist trotzdem schöner effekt also man braucht nicht immer 960 bilder ich muss sagen ich würde wahrscheinlich auf bessere video qualität zurückgreifen und dann lieber ein paar frames weniger haben kommt natürlich immer darauf an was man jetzt gerade abfinden wenn man irgendwie natürlich ein insekt abfilmen möchte braucht man viele frames pro sekunde wenn man jetzt hier mich währenddessen ich mir langsam über den rasen rolle da da reicht dann auch mal 120 nein 240 oder 480 bilder pro sekunde genau richtig ich würde auch zu der besseren qualität greifen und dann haben wir auch porträt aufnahmen gemacht beziehungsweise auch frontkamera aufnahmen fangen wir erst mal den porträt aufnahmen an es gibt zwei modis entweder weitwinkelporträt oder normal quasi einfach porträt aufnahmen und du hast jetzt auch die weitwinkel das ist weitwinkel genau und sieht gut aus oder ich suche mal kurz ein bisschen ran ja also ich bin auch mit dem cutout recht zufrieden ich auch ich auch und ich muss sagen sieht auch sehr natürlich aus also jetzt nicht so was ja teilweise man das gefühl hat dass man ausgeschnitten wurde und irgendwo drauf geklebt wurde sondern das wirkt relativ natürlich es könnte fast noch ein ticken schwächer sein der die unschärfe im hintergrund aber trotzdem ich finde dass das kann man kann man schon fast als ein bild einer profikamera verkaufen und dann noch das porträt mal mit der normalen kamera das eben bei weitwinkel auch hier sieht das wirklich sehr natürlich aus hier ist die unschärfe jetzt nicht so extrem wie eben zuvor das ist aber auch völlig okay und auch der cutout doch passt bei mir und bei dir ich finde ich finde ganz ehrlich das sieht sehr gut aus irgendwie finde ich jetzt auch so deine haut und alles ich finde das foto richtig gut gerade ja also ich bin mit den fotos auch wirklich sehr zufrieden schon so ein bisschen das oneplus 8 hier verliebt glaube ich also die kamera gefällt mir sehr gut die software die oneplus hier hinter diese sehr guten sensoren gepackt hat die erfüllen hat auch ihre soll das ist ja oftmals das wo es bei smartphones schnell hapert und ich muss sagen das funktioniert hier wirklich gut das blau meines hemmens hat das oneplus 8 oder auch das 8 pro ein bisschen verstärkt gerne mal aber das kennt man ja auch so ja das ist ja bei blautönen wird der generell ein bisschen gepusht liegt sicherlich auch daran dass der hier vielleicht ein ticken blauer aussieht als natur ist aber jetzt auch nicht so extrem dass es völlig unnatürlich aussieht sieht sehr sehr schön aus dann kümmern wir uns jetzt auch noch um die zoom geschichte und zwar habe ich ja hier beim oneplus 8 pro ein teleobjektiv verbaut und kann 30 fach digital heranzoomen wohingegen marco mit dem oneplus 8 10 fach heranzoomen kann und wie ihr sehen könnt kann ich halt einfach ein stückchen näher ran aber ich finde auch fast dass das 30 fach fassen und ticken schärfer aussieht als es 10 fach also man kann hier noch feinheiten meiner meiner haut erkennen werden das sind das hier definitiv nicht der fall ich versuche noch ein bisschen rein zu suchen als die haut töne sehen und wie sogar auch irgendwie farblich finde ich ja also hier gibt es einen automatischen glättungseffekt natürlich war einfach digital dann ja ein bisschen matschig wird es fehlt hat das teleobjektiv das ist ein rein digitaler zoom von anfang an du hast ja wenigstens zweifach die zweifach optischen so dreifach hybrid zum direkt und kannst halt bis zu 30 fach hinein zum und übrigens das teleobjektiv hat auch eine optische bildstabilisierung beide hauptkameras haben aber auch eine optische bildstabilisierung aber wir haben hier halt beim oneplus 8 pro noch eine mehr im teleobjektiv und dann haben wir auch noch fotos gemacht mit dem zweifach digital so beim oneplus 8 gibt es halt nur digital so du hast allerdings hat auch noch den dreifach hybrid zum genutzt das ist eine direkte option und der auch wirklich verlustfrei fast hinein suchen kann das ist ein hybrid zoom und man sieht auch hier schon wieder dass du mehr details erhalten kannst als der rein digitale summen der hier beim oneplus 8 verwendet wird und dann sind wir jetzt auch schon bei dem video modus angelangt hier haben wir oder beziehungsweise ich einfach mal auch videos mit bis bis maximal 1080p 30 fps aufgenommen mit beiden smartphones und einfach mal guckt hier gibt es auch einen festen fokus also jetzt kein autofokus und hier ist alles sitzt alles perfekt im fokus und ich finde sogar da ist jetzt zwar nur eine elektronische stabilisierung mit am start aber trotzdem sieht es gar nicht so ganz gut aus für die 16 megapixel frontkamera ist das wirklich völlig in ordnung also ich finde dass wenn das also wer bloggen möchte damit oder vielleicht für irgendwelche social media kanäle damit ein video aufnehmen möchte ich würde das so machen genau ich habe noch ein paar safies gemacht sieht auch ganz gut aus finde ich jetzt nichts negatives daran außer dass die sonne mich extrem geblendet hat aber es war halt auch viel lichter also von daher optimale bedingungen aber wir müssen den kameras ja auch alle chancen einräumen gut zu performen und das können sie auf jeden fall nacht modus hat ja wie gesagt auch gut funktioniert dann bin sind jetzt auch schon beim makro modus angelangt und zwar wird hier dass das das ultra weitwinkel objektiv beim oneplus 8 pro genutzt dafür und beim lieben marco die zwei megapixel zwei megapixel makro kamera da wird glaube ich schon alleine wenn man diese zahlen hört 48 megapixel kamera die du nutzen kannst und ich habe zwei megapixel wovon was was erwarten wir dann also ich fand wirklich diese makro modus beim oneplus 8 pro sehr 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 gut du kannst ja auch richtig spaß gemacht mal diese fotos zu schießen das ist halt hier eine ein baum gewesen die baumrinde und man sieht halt dass es beim oneplus 8 einfach matschig aussieht und so wie wir es von den zwei megapixel makro objektiven halt auch so kennen und hier farblich immer es war dieselbe rinde im endeffekt derselbe baumstamm und hier ist einfach beim oneplus 8 pro farblich einfach mal viel besser und sieht viel schärfer aus natürlich hat man auch manchmal pech gehabt und hat jetzt hier nicht fokus gekriegt aber auch hier sieht einfach also vom makro modus bin ich sehr sehr positiv mal wieder überrascht wie auch vom lach modus ich habe auch ein paar mal versucht ein paar ameisen zu treffen aber hat nicht auch hier sieht aus wie jetzt keine ahnung als wenn das könnte auch von oben auf vogelperspektive auf mond sein oder auf irgendeinem anderen fremden planeten genau würde sagen irgendwelche außerirdischen welten also die zwei megapixel machen makro kamera wäre jetzt wirklich makro bilder liebt wird sich vielleicht trotzdem mal freuen das überhaupt machen zu können oneplus 8 aber die 48 megapixel ultra weitwinkel kamera im oneplus 8 pro macht da einen so viel besseren job das ist wirklich beeindruckend nun schauen wir uns auch noch die stabilisierung an von der wir gerade schon so ein bisschen geredet haben und zwar gibt es auch eine super tolle super stabilisierung den der name immer super stabilisieren aber ist so so stabil das glaubt ihr gar nicht sogar bis 4k 30 fps das sieht man jetzt auch nicht so oft absolut also bis 10 80p sind wir es ja wirklich schon gewohnt dass da die stabilisierung sehr überzeugend ist 4k 30 dann also die stabilisierung ist gleich gut zwischen beiden ja top also für 4k 30 fps ist super stabil also das können sonst wirklich nur gute action camps was mache ich denn da du spielst ja gerade mit dem aber mit dem smartphone braucht ihr kein geben mehr weil es so schon super stabil sogar bei 4k 30 finde ich richtig gut also jetzt auch den fokus kriegt er auch immer ganz gut jetzt können wir noch mal ganz schnell um den baum herum zack hat er auch gleich den fokus hier nochmal schön die baumrinde und also super also finde ich wirklich absolut überzeugend in 4k 30 fps haben wir eine aufnahme gemacht ohne den zusatzmodus super stabilisierung da die optische bild stabilisierung ja hier auch am start ist und gar nicht schlecht also natürlich hat man bei der super stabilisierung immer einen gewissen crop also da schneidet das smartphone ein bisschen rein weil zeit noch elektronisch nach stabilisiert das muss man wissen aber der war auch nicht doll aber ich muss sagen selbst ohne diese super stabilisierung bin ich wirklich zufrieden damit also es ist ein hauch wackeliger aber wirklich nur minimal normalerweise kennen wir es ja eigentlich so von vielen smartphones das bei 1080p 30 fps dann wirklich dass man dann wirklich merkt dass es noch mal stabiler ist jetzt 4k 30 aber ich bin jetzt mal überrascht ich bin jetzt mal gespannt meine ich ob das hier auch der fall sein wird weil hier ist ist die 4k 30 option auch schon sehr stabil so das sind 1080p 30 fps ohne super stabilisierung sieht ebenfalls super aus super stabil aber ich finde auch den fokus hier sehr cool wieder wie der auch rüber springt dann von einem fokuspunkt auf den nächsten und alles schön scharf ist natürlich sind hier auch super bedingungen wie gesagt gewesen schöner sonniger tag aber da gibt es auch smartphones bei uns im testen in den letzten wochen und die das nicht so gut gemeistert haben also von daher super wirklich wirklich richtig gut ich glaube das wort super haben wir jetzt ein bisschen zu oft benutzen wahrscheinlich wir können so ein trinkspiel draus machen du musst immer wenn wir super gesagt haben ein apfelsaft trinken bitte also videos sowohl jetzt von der stabilisierung her top wir haben noch gar nicht so viel zur bildqualität gesagt sieht auch wirklich gut aus der dynamikumfang ist gut du hast ja noch so einen speziellen dynamische videos modus optionen die ich nicht habe das heißt bei dir ist der dynamikumfang noch ein kleines bisschen besser sieht man hier vielleicht auch so ein bisschen ja die schattigen bereiche bei dir mehr details beinhalten als bei mir aber mit beiden smartphones kann man wirklich tolle tolle videos produzieren ohne gimbal also dass das ist glaube ich mit eine der highlight funktionen von oneplus jetzt schauen wir uns noch die standard optionen an zum schluss und zwar im weitwinkel modus normale modus und dann haben wir aber auch noch den 48 megapixel modus natürlich genau stimmt und hier sehen wir jetzt das normale standard objektiv auto modus einfach mal drauf gehalten einfach ist bei beiden jahren 48 megapixel sensor auch wenn einer in etwas neue generation ist gibt es hier keine gigantischen unterschiedlichen 12 megapixel ganz genau du hast einen leichten lens flare drin aber ansonsten sahen die bilder auch immer sehr sehr gut aus von der kamera weitwinkel 16 megapixel 48 megapixel ich finde hier sieht man schon auf den ersten blick unabhängig davon dass auf der linse und dreck war sieht man hier schon schon detail unterschied wir können ja mal versuchen ein bisschen in den baum hinein zu suchen bei mir ist übrigens da auch schon schluss bei dir du kommst doch mal gut dass du kommst auch nicht viel näher dran pixel binning aber ich finde es sieht schon detaillierter aus oder doch schon zwar ist auch kein krasser riesenunterschied aber also ihr könnt auch gute ultrawide winkel fotos mit dem oneplus 8 machen 16 megapixel jetzt auch nicht unterirdisch schlecht dann hast du hier den zweifachen zoom noch mal gezeigt das ist ja hier digital so hat mir ja schon gezeigt gehabt du kommst mit dreifach hybrid natürlich näher dran brauchen wir nicht viel zu sagen digitaler zoom ist immer eher und da schlägt sich der dreifach hybrid zum auch besser als zweifach digital und beide haben natürlich die möglichkeit 48 megapixel bilder zu machen du hast allerdings mit zwei objektiven die möglichkeit dazu was du hier auch wunderbar unter beweis stellst ich kann das nur mit dem hauptsensor du kannst das auch noch mit dem ultra weitwinkel genau richtig genau da könnt ihr dann halt einfach ein bisschen mehr ranzoomen und seid dann trotzdem noch scharf im bild wenn ihr reingesucht seid ich glaube wir können zu beiden smartphones sagen dass sie natürlich für oneplus für diese firma die sich einen namen damit verdient hat ein flaggschiff killer zu sein und jetzt selber ein smartphone haben was 900 euro kostet und eins was 700 euro kostet sich ein bisschen davon fortbewegt haben aber sie haben halt auch echte flaggschiffe hier auf den markt gebracht und preis leistungsverhältnis glaube ich sind wir wirklich beeindruckt speziell von der kamera die von den zahlen her vielleicht nicht mit mit einigen samsung oder xiaomi gerät mithalten kann aber von den bildern her und auch von dem vom video absolut genau und wenn ihr bei trading shenzhen bestellt oder importiert oder es gibt auch andere händler und andere kaufhalten keine ahnung wo man die wahrscheinlich auch dann vielleicht günstiger bekommt aber wenn ihr ein bisschen darauf achtet könnt ihr eben auch ein bisschen günstiger an die oneplus geräte kommen das nur noch mal so zur info für euch und an sich können wir beide geräte empfehlen genau und je nachdem wo eure schwerpunkte liegen natürlich ist das oneplus 8 pro das bessere smartphone oder frage aber es kostet auch 200 euro mehr außerdem habe ich es getestet hier hauptsächlich dafür habe ich interstellar glow wollte ich nur mal sagen es lenkt ab vom thema also je nachdem wo eure bedürfnisse liegen wenn es wirklich nur darum geht ein leistungsstarkes smartphone in der hosentasche zu haben mit dem man einfach mal auch eine gute foto schließen kann ist das oneplus 8 völlig ausreichend wer einfach noch dieses kleine bisschen extra haben möchte ein bisschen mehr kamera option ein bisschen bessere kameras kabelloses laden teleobjektiv übrigens noch mal zum thema kameras wollte ich noch mal kurz noch mal teleobjektiv ist beim oneplus 8 pro besser dran wir hoffen dass euch dieses video die unterschiede ein bisschen näher gebracht habt und vielleicht euch die entscheidung zwischen den beiden geräten erleichtert hat ihr mehr über die geräte jetzt erfahren hat als ihr es vorher wusste wenn das der fall ist lasst einen daumen hoch da wenn das nicht der fall ist können auch einen daumen runter da lassen aber ich würde dann eine träne runter kullern dann auf jeden fall bei jedem daumen runter fange ich an zu weinen aber schreibt gerne mal unten in die kommentare was ihr von den beiden geräten erhaltet und freut ihr euch schon auf das oneplus 8 was eigentlich mit dem smartphone bis jetzt lässt es auf sich warten oneplus nord auch noch mal interessant ähnliche materialien bis auf den rahmen der wahrscheinlich aus plastik ist aber ansonsten soll es wohl so ähnlich sich anfassen genau bewegt sich halt noch mal ein gutes stückchen günstiger wenn wir da unsere finger dran bekommt werden das natürlich auch noch mal mit den beiden hier vergleichen schauen wir mal das oneplus nord ist dann wirklich das einsteiger gerät währenddessen das hier beides flaggschiffe sind ein bisschen kleines flaggschiff und ein bisschen größeres also das einsteiger gerät bei oneplus aber ich würde eigentlich sagen dass sogar noch mittelklasse ja also absolut völlig richtig völlig richtig nur im oneplus universum bevor wir uns hier jetzt noch mehr verplabbern bänden wir das lieber und wir hoffen dass ihr das video interessant fandet und wir hoffen auch dass ihr demnächst wieder einschaltet wenn es wieder heißt maya litek ist am start genau macht's gut bis dann ciao ich laber immer so viel scheiße manchmal unfassbar alles ok so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017